Also Crew, auf geht's! Auf geht's! Let's go! Spoiler-Alarm, es gibt ein Imposter, korrekt! Oh man! Nein, was? Es gibt nur ein Imposter! Achso, wo sind meine Tasks? Äh, was? Hier unten? Among Us mit Listeric heißt der, glaube ich. Oh Gott, für meine Aufnahme. Ich habe den Namen noch nicht Liss. Ich nehme das hier gerade mal ein bisschen auf. Ich glaube ich habe den Sound aus gemacht. Deswegen hören wir jetzt hier nichts. Ja, SX, aus. Das kriegen wir jetzt auch gar nicht mehr an. Das ist aus irgendeinem Grund. Ja gut, das ist halt hier ohne Endgame Zone hier gerade. Ich weiß auch, wie ich das lösen könnte. Soll ich hier mal download? Währenddessen könnte ich mal nachgucken. Aufnahme läuft es sehr gut. Ich habe absolut kein Endgame Zone. Kann man das hier mal ändern? Kann man das hier anpassen? Der Musik ist ja sehr gut. SFX würde ich gerne noch gerne. Ja, danke. Sehr schön. Sound-Einstellungen. Damit wir hier auch das nervige Piepen hören. Das gehört dazu zu Among Us. Die Sound-Effekte hier noch mit dazu hören. So. Hier. Zack. Hey, Sabi. Hallo. Spacimen. Spacimen. Kommst du mit nach Spacimen? Da ist der Phil. Hallo. Hallo schon. Das ist dunkel. Hier kann man immer das Licht anmachen. Ah, hier habe ich meinen Task. Die Zahlen-Tasken. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr schön. Das werden kann von eins bis zehn zählen. Oh mein Gott. Oha. Hey Nürchen. So wer ist tot? Denn Liz ist tot. Oh nein. Okay. Als ob der Stream als erstes gekillt wird hier. Rot, Limette und Blau fallen definitiv raus für diesen Kill. Wo liegt der denn überhaupt? Storage. Ach, das war's. Also ich war unten in den Specimen. Der ist mir gerade vorbeigelaufen. Also Phil ist mir gerade aus dem Specimen entgegen gekommen. Ja, dann weiß Phil, der mir gerade vorbeigelaufen ist. Also Phil kann ich decken. Und Sabi auch. Sabi habe ich auch. Wo liegt denn die Leiche übrigens? Storage. Kannst du das jetzt nochmal fragen, Red, damit wir alle wissen, dass die Leiche in Storage liegt? Ich habe es nicht gehört. Ist ja okay. So, ich habe dann noch eine Frage. Wo liegt denn die Leiche? Was ich noch mal nachgefragt habe. Liegt die in Storage? Wo waren die denn alle so? Also Klatsch, Red und ich können die Leiche nicht gemacht haben. Ich war die ganze Zeit gerade in der O2 und wollte geradezu weiter screenen und nachgucken, ob jemand tot ist. Okay. Und was habt ihr jetzt gevotet? Wer hat denn das Licht gerade gefixt? Ich. Gelb. Was votet ihr denn? Gibt es irgendwie einen Verdächtigen oder ist das Skipvote oder? Ja ne, ich skippe. Ich skippe. Es ist nur einer. Weil es ist Liz tot im Storage, das kann man als Suizid abstempeln. Ganz klare Sache. Dafür skippe ich auch. Ist okay. Das ist ja ganz klare Sache. Was? Wenn man in Storage freiwillig rein geht, dann ist das Suizid. Ja. Gut, da kann man nichts anderes sagen. Oh. Oh. Oh, da war es auf Instagram. Da hat jemand das richtig super müssen. Dankeschön. Ich hab dich verklickt. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Gut. Dann oben nach Laboratorie. Ich hab schon gesagt, dass man Voice-Mod spielen. Ich glaub, Voice-Link heißt das irgendwie so irgendwie. Das hat das fast schon mal benutzt habe. Gab es schon mal Parts mit Voice-Link. Ist nicht neu. Ist nicht das erste Mal. Neu ist das schon, aber benutze ich nicht seit Ewigkeiten. Aber ja. Ist auch nicht unbekannt. So, die Toiletten-Task hier. Kabel verbinden. Saboosh. Hi. Sabi. Entweder du bist eine Post oder du hast dieselbe Task wie ich. Ich hab dieselbe. Na ja. Glaube ich dir mal. Das glaube ich ihr mal. So, Communications. Communications. Upload. Die Stimmen hinter uns sind immer lustig. Na ja. 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 Und das Licht ist wieder angepasst. Phil und Dimension sind tot. Also ich war gerade am Admin-Table und hab dann gesehen, dass jemand in Admin noch neben mir drin sein soll. Hab mich dann umgeguckt und dann lag Braun auf dem Wind. Braun. Hä? Suizid. Eindeutig. Haben wir einen Detektiv hier? Weil wenn er auf dem Wind liegt. Wie lange ist der schon tot? Wir spielen auch einen Detektiv. Ich erkenne da ein Muster. Ich erkenne da ein Muster. Liz ist auf dem Wind. Arthur ist auf dem Wind. Sehr gut. Dann waren sie wohl bei dem Poster. Hm. Wenn sie auf dem Wind gestorben sind. Red? Bist du's? Nein. Das wird überzeugend. Das ist ja. Das ist alles klar. Laut Statistik könnte ich der Imposter sein. Ja, weil du lebst halt noch, weißt du. Demnach wäre ich ja der Poster. Vorher war ich schon Weapons mit Blutsch. Ich hab irgendwie so ein Déjà-vu zu gestern, ne? Was war gestern? Red? Naja, wo wir in Widget Imposter gespielt haben hier. Ach so. Also ich glaube, ich kann Zwergi rausnehmen als Imposter. Wir waren im Lab ganz alleine. Mhm. Das stimmt. Wir haben offenbar die Kabel gemacht. Und ja. Also ich glaube nicht, dass... Wir waren beide gemeinsam auf der Toilette. Deswegen... Aber Kuchen, warum hast du die mit dem Sohn alleine gelassen? Wir sind da zusammengelaufen. Wir hatten einen kleinen Applausch auf der Toilette. Ja, dann bin ich so off es rein und dann ist er runter und ich bin weiter nach oben. Also der Kill müssten... Oder die Kills müssten echt alt sein, wenn Red einen davon gemacht hat. Oder ich. Ja. Wir waren eigentlich, keine Ahnung, die letzten... 40 Sekunden? Ab dem Punkt, wo ich Kuchen und Demonsion getrennt habe, habe ich Platsch getroffen. Mhm. Nur hat's Platsch gemacht. Also... Puh. Du... Dann wäre Red nicht mehr hier. Ja. Können Sie sich da... Das wäre ganz günstig so. Außer jetzt Red und Platsch für die letzten Sekunden. Ja, wie gesagt, ich war ein Admin. Ich höre jemand rumkippeln. Ich war gerade in O2. Wir waren bei Kuchen. Ach, da! Ja, ich mache mir selber. Mit O2. So. Muss jetzt noch nach Spessumen rein? Das ist die einzige... Boah, wer klickt denn da immer noch hin und wer? Das ist gerade ich, aber warum ist das zu hören? Also, wenn wir jetzt voten... Ja, es gibt wahrscheinlich... Wir sind noch 7, wir sind noch 7. WHAAAT! WHAAAT? 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 Jetzt du die Beine! Come and get your love! Das hat mich gerade ein bisschen daran erinnert, das Rot. Kometern zerstören wir jetzt am Schlüssel. So, die letzten Tasks in O2. Dort unten. Flasche. Na, da kommen noch einige. Nach dem Wasser auffüllen. Da ist glaube ich noch etwas in Office, das ich dann im Anschloss kriege. Dachte ich es mir. Ich kenne das Spiel doch schon. Ich weiß doch, wie das hier läuft. Die Tasks aktivieren einander. Kann man hier mal das Licht anmachen? Es ist ziemlich dunkel hier. Sonst muss ich weiter singen. Sonst singe ich weiter. Licht an oder ich singe weiter. Ich glaube, mein Gesang ist nicht der herrlichste. Ich habe schon schlechteren Gesang gehört, aber... Naja. Mittelmaß. Oha. Ein bisschen Kuchensalz. Oha. Ein bisschen Kuchensalz. Weil er den Task falsch faked. Und dann denken wir so, ach komm, ich gehe trotzdem nochmal in Storage. Ja. Wir machen jetzt noch eine zweite Runde und dann wechseln wir an Alex ein. Sehr gut. Jawoll. Supi. Also viel Spaß. Let's go. Aber hey. Wett war nicht im Wasser. Ach ja genau. Und wenn ihr, wenn ihr mal im Game irgendwo, keine Ahnung, zum Beispiel sowas wie ein Geist hört. Ja. Der also 100 Kilometer entfernt ist oder so. Einfach nochmal Steuung erdrücken. Wenn ihr irgendjemand manchmal hört bei einem Geist reden, der 100 Kilometer weg ist. Okay. Ähm. Woher ich mein Task. Schon wieder Crewmade. So. So. Hier. Fangen wir mal hier im Lab an. Die Aufgaben, die ich bis heute nicht verstehe. Also ich verstehe schon, wie man sie macht. Aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Die Rakete startet ja nicht wirklich. Also ist auch nicht wirklich Raketenstart. Ähm. MedBasecan. Sehr schön. Oh. Kann ich mal mein MedBasecan zu Ende machen? Das ist doch hier. Nee. Kuchen. Ich bin grad ins Deutsch eingesperrt gewesen. Und dann bin ich rausgelaufen. Dann haben wir gesagt. Wetten oben im Schiff ist jemand tot. Und da lag jetzt Kuchen. Oh wow. Ich weiß aber nicht ob. Das ultimative Bauchgefühl. Ich wollte grad sagen. Ich weiß nicht ob noch drüber jemand lag. Aber es ist ja nur Kuchen tot. Wer muss Steuerung erdrücken? List. Wenn man jemanden die Karte hört. Oder jemanden nicht hört. Sollte man einfach mal nebenbei Steuerung erdrücken. Den List. Den List höre ich reden. Achso okay. Okay. Ähm. Genau. Äh. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nur dass die letzte Person. Die Storch verlassen hat. Ne. Ich bin vor. Ich weiß gar nicht wer da noch über mir drüber war. Lizzy war glaub ich noch oben. Kuchen war oben. Gibt's irgendeinen Sass? Mehr weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht ob. Aber ich weiß jetzt nicht wann von wann der Kill ist. Weil ich bin wie gesagt in Storages gewesen. Hab mein Ding aufgefüllt. Hab jetzt die Tür aufgemacht. Und dann hab es dann die Leiche gefunden. Das heißt eventuell seid ihr da rumgelaufen. Ich hab keine Ahnung. Verdichtigen gibt's nicht oder? Äh gar keine. Ich weiß ich hab nichts gesehen. Also ich hab heute Info. Sabi ist hundertprozentig clear für diesen Kill. Für diesen Kill. Ja. Wir waren die ersten die rausgelaufen sind tatsächlich aus dem Dopechip. Ja. Ok. Cool. Lizzy wo bist du denn noch hin? Also ich weiß auf einfach dass du nämlich die letzte warst die hier oben war. Ich bin äh nach Leps rein. Erzählt die Lizzy irgendwas? Ja. 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 Ich hör Liz nicht weil er... Ok aber jetzt. Ja. Genau. Äh ich bin nach Leps rein. Jawohl. Hat dich irgendjemand noch gesehen? Ja. Ja. We love the one Lizzy. Ich hab sie gesehen. Ich hab die Map offen. Wo ich äh um zu gucken wo ich tatsache glaube. Wo du sabotieren kannst. Mhm. Ja genau. Ok. Ok Lizzy. Gut. Welche Farbe hatte die Map? Pink. Blau? Jawohl. Ich glaube ich habe wieder Lizzy's... Ist es Lizzy? Ach ich... Ich enthalte mich. Ach ich... Alle enthalten sich. Ich hab nicht gesagt. Alles gut. Also... Meine... Dimension der den äh... Da quatscht noch jemand auf meinem linken Ohr. So. Hallo. Hier habe ich Tasks. Aber wo? Ist es zu dunkel ich kann es nicht sehen. Ne das ist Lifelines. Ist zu dunkel ich kann meine Tasks nicht sehen. Scheiben habe ich hier. Ja. 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 Müssen wir mit Leidwixen gehen. Ah. Sehr schön. Licht. Äh. Auf zu Weapons. Das glaube ich in Laboratoren machen wir später noch. Weapons. Sehr schön. Wieder Gometen zerstören. Raketen wollte ich gerade sagen. Gometen. Badusch. So. 19,20. Sehr gut. Und hier unten habe ich eine berühmte Tasks. Wer ist im Poster? Das habe ich gerade nicht gehört. Auf dem Weg zur Tasks. Ach. Wasserrat. Was. Wicht. Du. Wie. Wie. Das nervige Geräusch. Hey. Wie. 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 wieder perso und hast eine person kellen task als imposter glaube ich dir mal ein fahrer als task oh man das nervig mit angst vor dem die bestimmt nicht was auch als tats und wer sind mir untergegangen grün ist das so leiden ist das muss hier gleich mal in der nächsten runde vermelden hier das ist ja es kommt mir sehr sassbisches vor kabel das wahrscheinlich download 28 42 56 80 für den 99 zum schluss geht es noch mal ganz schnell so hat schon jemand jemanden getötet das ist jetzt das dauert hier so lange die runde so kabel verbinden sehr schön da unten habe ich noch ein task auf einmal meine fresse habe ich habe erst erst mal meine frage ich habe zu beginn gleich meine frage was gesagt du hast diese wasser diese wasserräder task ist aber nicht mit mir gemeinsam runter gegangen um die wasserräder zu machen was waren bei dir los das kann jetzt das war jetzt ein bisschen ja ich muss doch nicht direkt das dritte machen ich bin erstmal hoch an die camps gegangen das ist aber seltsam man macht das doch auf einmal das ist das ist ja auch nicht immer ich mache das eigentlich immer nach einem meeting dann seid ihr alle seltsam was ich sagen wollte ich also ich glaube ich habe mit der sabine interessante entdeckung gemacht ja okay aber ja aber es ist es war keiner tot zu dem zeitpunkt als nachdem es passiert ist es ist noch immer keiner tot im prinzip habe ich die sabi an camps erschreckt das war sehr viel spaß gemacht aber habe ich gesagt ich stelle mich jetzt an die camps ran ja und wenn ich jetzt weil sie ist kurz von der camps weg habe ich gesagt wenn ich jetzt an den camps der leiche entdecke dann bist du ein imposter und dann sagt ne der camps ist keine leiche ich habe gerade integral nur reingehen sehen wie der labs geht ich bin an den camps zwei sekunden später und integral kommt von unten rein von steht links unten und das beste ist er steht links unten mitten in der tür einfach nur querbe in der gegend und eine sekunde danach kommt der alarm und integral rennt hoch und das war so weit wie kam er darunter warum steht er einfach nur in der gegend rum plötzlich kommt ein alarm das ist die entdeckung ja gut sage ich so ich kenne die map noch nicht wirklich und meine aufgaben muss ich durch die maps immer gucken und ich kann nicht dabei laufen ich spiele es ja nicht wirklich oft deswegen okay welche aufgaben hast du mit gemacht habe ich nur geguckt das haben wir immer wieder kein verdächtigen oder was weil es sind auch gleich durch wir haben auch nicht viel zu also wir können das bei sie machen möchtest du es bei sie machen wir schulen wir schulen haben wir dann holt die akka 47 raus ja worum geht es denn ich habe jetzt nichts verstanden aber egal ich habe da mal ein paar leute auf meinem linken ohr und dieses jemand funktioniert nicht so ganz richtig so communications da muss schon so hier mal nach applaus kann man diese taske endlich aus dem spiel rausnehmen das ist irgendwie kann man sich mal nicht eine neue task ausnehmen ausdenken und immer mit upload und download ersetzen ich habe gerade ich habe gerade lissi ich habe gerade lissi wenden gesehen ich habe gerade lissi wenden gesehen und die leiche dort liegen sehen dass sie jetzt vor meinen augen gewendet und ich habe die leiche reportet doch definitiv die hatte wie die lissi grinst werden sie nie sagt ich habe die so die ist dort ist dort vor communications dort vor dem eingang klappt die leiche die blaue leiche und dann ist sie noch gewendet ich habe es noch in meinem augenwinkel habe ich noch lenden wenden gesehen also sowas von und irgendjemand ist dann auch noch von der leiche weggelaufen das ist irgendwie tja ok also das ist das ist ein lissi ist eindeutig also es ist definitiv das habe ich mit eigenen augen gesehen direkt vor communications vor dem eingang klicken die blaue leiche und das jedes für phil für phil für phil das eindeutige geht es ja nicht ich habe eine team gespräche in storage gab bzw ich weiß deutsch und der war außerhalb das war ja wohl eindeutig und der eine wort kommt jetzt von der sie gut damals raus sehr schön da war es noch ein imposter sollst du nicht von meinen augen töten hier getötet hat es ja nicht von den augen nur gewendet hat sie ein laboratorium habe ich da oben hier die kurze task kann man das licht wieder an machen so scheiße im dunkeln bei den vor der menschen ja ich habe mit beskannen ich warte auf der menschen aber der menschen hat mit beskannen steht waiting for der menschen der menschen wird fertig wird fertig wird fertig wird fertig wird gescannt bin oder du bist im poster und bei zwei gehört man vom sound her dass er gescannt wird gerade ok list du musst auch noch scannen ist bist du schon fertig oder das war jetzt ich habe eine interessante entdeckung gemacht na dann erzähl mal deine deckung ja also lights waren aus das haben wir gesehen das haben wir gesehen sehen am admin dass einer electrical ist als die lights schon aus waren dann ist einer in security und das light war nicht gefixt und dann gehen patch und ich hin gucken wer da ist und das integral und als wir kommen geht er erst zu electrical also ich dann gerade im kern zuneinander hingelaufen aber du warst vorher als lights schon aus waren war ein punkt in electrical das musst du gewesen sein der ist dann erstmal zu security anstatt erst das licht zu fixen dun 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 weil ich erstmal geguckt habe ob da jemand liegt richtig ne das ist schon ein bisschen länger das ist leider nicht gefixt ihr seid ja auch an mir vorbeigelaufen anscheinend ja weil wir gucken wollen wer da in der kamera steht und wer das light nicht fix aha äh wen votet ihr denn jetzt und Platsch ist gerade rausgeflogen ah warte mal Platsch ist sogar gerade gestorben Platsch ist gerade gestorben ja 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 Oha ne der ist rausgeflogen Platsch ist rausgeflogen der ist nicht gestorben ist er rausgeflogen ne der ist gestorben in letzter sekunde der war doch eben gerade noch da ne der ist nicht gestorben ne ja richtig weil du ihn gerade noch getötet hast also im crew league ist er noch nie auf Seite auch nicht da er ist rausgeflogen er ist rausgeflogen der ist rausgeflogen der ist rausgeflogen jetzt ja ich hab trotzdem dunkelgrün gewotet ja ja wir schießen denn jetzt ok er was hin wollten wir jetzt hallo hallo du hattest das von Runde 1 hallo du hattest das von Runde 1 hallo skipper hallo skipper der fake Soldat da wird integrale rausgevotet wir schießen den mit dem AK auf na war's das jetzt schon na es war's schon ja sehr gut Lissi ich hab dich so verkauft aber buchen dann so ähm grün 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 du bist noch mal du bist geblockt ja Lissi hat mich Lissi hat mich ja leider nicht gesehen das ist ja